Willkommen zu den Neuerungen in Caneco Implantation 253. In dieser Version haben wir für unsere Kunden einen neuen Assistenten zum schnellen und exakten Platzieren von Installationsgeräten entwickelt. Am Beispiel einer Deckeninstallation bestimmen Sie die Anzahl der Elemente und Sie erhalten eine optimale Anordnung. Ändern Sie die Anzahl in der Voransicht und Caneco Implantation ordnet die Leuchten neu an. Erstellen Sie auf Knopfdruck ein Lichtbandsystem oder bearbeiten Sie manuell die Abstände zwischen den einzelnen Elementen. Für eine Vorauslegung der Leuchten in den Räumen bietet Ihnen der neue Assistent eine Auslegung nach der Wirkungsgradmethode. Geben Sie die Raumgeometrie vor und der Assistent errechnet die benötigte Anzahl an Leuchten. Mit der Leertaste öffnen Sie den Assistenten zum wiederholten Platzieren im nächsten Raum. Eine schnelle und exakte Platzierung ist Ihr Vorteil. Selbstverständlich kann der Assistent auch für andere Installationsgeräte angewendet werden. Wie hier am Beispiel dieser Steckdosen. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.